Und ins Viereck eingefahren ist Christoph König Unterstammheim, begleitet von Iva Schmid und die beiden Pferde, Nevado, ein 14-jähriger Hafflinger war, und Higgins, ein 6-jähriger war, der Rasse deutsches Einkommen. Christoph König war ebenfalls Mitglied der Mannschaft an der Weltmeisterschaft in Kisberg in den dritten Abend erreicht. Christoph König. Christoph König. Christoph König. Christoph König. Christoph König. Die Kälte ist in der Nähe des Flusses und in der Nähe des Flusses. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.